Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem YouTube-Kanal Qualix. Zu einem neuen Video und heute schauen wir uns gemeinsam an und zwar, wie ihr einen RTMP-Server, einen eigenen RTMP-Server installieren könnt, der dann eben, wo ihr dann hin streamen könnt, wie ihr ihr IEL streamt und dann das Ganze in OBS einbindet und eine automatische Szenen-Wechselung stattfindet. Das Ganze möchte ich gerne mit euch mal gemeinsam euch mal zeigen, wie ihr das Ganze am besten machen könnt. In dem Beispiel ist es auch so, dass ihr zusätzlich natürlich auch eine Port-Freigabe, was prinzipiell dafür erforderlich ist, um eben von außerhalb darauf zuzugreifen zu können. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall irgendwie eine Hardware. Ich mache es hier rüber über eine virtuelle Maschine darauf auf meinem PC. Das könnt ihr auch machen. Die Hardware, wo der RTMP plus eben euer Streaming-Hardware, in meinem Fall hier auch der PC, da wird das Ganze eben, bei beiden muss das dann auch laufen, wenn ihr IEL streamt. Ganz wichtig an der Stelle. Also es sollte dann auch irgendwo sein, wo ihr diese Hardware laufen lassen könnt. Auf einem PC mit virtuelle Maschinen zum Beispiel habt ihr eine Hardware, die läuft und fertig. Es verbraucht auch nicht viel, das heißt, ihr könnt das Ganze auch auf ein Raspberry Pi oder was weiß ich. Raspberry Pi ist auch schon fast overrated, overpowered dafür. So, was braucht ihr? Wir brauchen einmal irgendwie eine Virtualisierung. Entweder VMware oder VirtualBox. Gibt es beides ganz einfach zum Schauen. Link dazu auch unten in der Videobeschreibung, verlinke ich euch auch gerne. Ich selber nutze VMware, weil das einfach ein bisschen performanter Lauf ginsatz zu Virtual Machine. Also deswegen nutze ich hier in dem Fall VMware. Ich habe selber auch Virtual Machine, das nutze ich auch bei manchen Sachen, aber VMware ist für meine Verhältnisse her, von meiner Erfahrung her, lauft es voneinander. Aber was brauchen wir? Wir brauchen ein Linux. Denn Linux braucht nicht viel Leistung und Linux hat den Vorteil, ihr könnt das überall installieren, auf fast jeder Hardware lauft es. Ihr könnt es euch auch Raspberry Pi OS, DeepPi nutzen, wenn ihr etwas ganz geschmacktes, kleines Linux haben wollt. Und der Vorteil ist, ihr könnt es auch Linux in der Cloud. Das heißt, ihr könnt es zum Beispiel einen Faust-Server von irgendjemandem, zum Beispiel Hetzner, zum Beispiel sehr gute, wo ihr dann einfach DBN draufhaut und dann das Ganze einfach selber macht, sondern habt es in der Cloud zum Beispiel fertig. Das heißt, es geht auch ganz einfach günstig. Für ca. 4, maximal 5 Euro pro Monat könnt ihr das Ganze in der Cloud laufen lassen. Prinzipiell günstiger, wenn ihr was findet, geht es natürlich auch. Weil ihr braucht ein Kern und ca. 500 MB RAM. Reicht aus, vollkommen, um diesen RTMP-Server zu laufen, mit einer geilen Qualität. Was wir nutzen, wir nutzen Debian als Linux. Einfach eben hier auf herunterladen gehen, hier nochmal draufklicken, dann lade ich es herunter. Ich habe es mir schon heruntergeladen, somit brauche ich das Ganze eben nicht. Das heißt, was, ich gehe auf WM-Bär. Da sage ich euch, wie es ihr da das Ganze macht, weil ich das selber benutze. Create a new vital machine. Hier wollen wir uns an Debian, genau. Hier möchte ich gerne auswählen, nämlich hier meine, wo ich meine vitalen Maschinen speichere. Debian RTMP YouTube, damit ich auch hier das Ganze auch umbenennen, RTMP-YouTube, nachdem es ja YouTube total ist. Next. Maximum Disk Size braucht es nicht viel. Ich mache hier einfach mal 64 und ein Single. Ich sage hier Next. Er möchte es nicht, ich möchte es nämlich noch anpassen. Denn wir kommen ja auch schon zu einer wichtigen Sache. Du brauchst eine Portfreigabemöglichkeit, wie schon erwähnt. Das ist sehr wichtig, um eben auch von außerhalb streamen zu können. Und um das Ganze in einem virtuellen Maschine und außerhalb darauf zuzugreifen, müssen wir das Ganze anpassen. Ich gehe auf Edit virtuell Dinge. Ich gebe dem mal ein bisschen mehr RAM. Prozessor-Kerne gebe ich eben einfach mal 4. Und dann Network Adapter. Das ist ganz, was ich bin. Not Use to Share the Host IP Address. Das heißt, du hast zwar eine Internetverbindung auf der vitalen Maschine, aber die IP ist nur von der an dem da erreichbar. Da können wir es jetzt zwar mit Wireguide nicht auch hier auf dem PC und dann so. Wir wollen es aber logisch und einfach halten und nicht kompliziert aufs Äußere machen. Deswegen machen wir ein Bridge. Wir wollen auch Replace Physical Network Connection steht. Configure Adapter. Und dann gehe ich einfach, kommt ein Pop-up, gehe ich auf OK. Und dann habe ich das Ganze so und sage, OK, fertig. Jetzt habt ihr eine IP-Adresse, die ihr dann vom Router bekommt. Das heißt, wir gehen hier einfach mal auf Start und installieren in dem Fall Debian mal. Denn Debian ist sozusagen das Grundgerüst, was wir hier brauchen, damit es funktioniert. Ich frage, kann ich hier irgendwie hinzoomen für euch? Weil das wäre vielleicht ein bisschen besser. Aber ich glaube fast leider nicht. Preferences, kann ich hier irgendwo? Confirm, nope. Auch so hinzoomen geht leider nicht. Tut mir schräglich leid, ihr müsst es damit jetzt mal hier klarkommen. Am Graphic Install wollen wir. Deswegen bitte, wenn du das mobilen Endgerät anschaust, bitte am PC, da seht ihr es 19, 20, 80p, genauso wie ich das Ganze. Wir wollen hier eine Sprache wollen wir Deutsch. Für alle können natürlich auch andere Sprachen. Ein Landgebiet für viele wird Deutsch sein. In meinem Fall ist es Österreich. Das ist aber auch Deutsch. Und dann tut er mal kurz die Hardwareerkennung durchführen. Dann ladet er die Komponenten von der ISO. Das Ganze warten wir und kann auch kurz eine gewisse Zeit dauern. Und noch wichtig, ihr könnt hierbei auch jedes andere Linux benutzen. Solange das Ganze auf Devian passiert, das heißt, die Abt eine Paketverwaltung hat, weil zu Abt Paketverwaltung mache ich das Ganze, weil das Devian und genauso viele andere normale, normale Anführungszeichen, ganz gewohnte Sachs sind. CentOS und Fedora nutzen ein anderes. Das heißt, die kann ich nicht hierbei empfehlen, beziehungsweise es ist, man funktioniert genauso, aber es ist anders. Rechner haben nämlich hier einfach RTMP-YT, wie ich auch das Ganze genannt habe. Domäne habe ich keine, weiter. Dann haben wir hier ein Root-Passwort. Ich gebe hier einfach mal ein Passwort ein und dann das Passwort wiederholen. Fertig, Forschungennamen des neuen Benutzers. Wir wollen hier RTMP-Server. Ein Benutzernamen für Ding machen wir RS. Oder ich mache SRSR, klingt irgendwie besser als RS. RTMP-Server, umgekehrt sage ich hier weiter. Ein Passwort für den. Hier bitte immer auch andere wählen, gegensatz zum Root und benutze immer andere wählen und am besten welche, die auch lang sind, nicht so kurz wie meine, sondern wirklich ein sehr sicheres, nachdem ich das Ganze nicht freigebe, der Portfreigabe, ist es eigentlich vollkommen egal, weil ich bin eins, der hier drauf zugreifen kann. So, ja, wir wollen hier das Ganze. Wollen alle da auf eine Portation? Ja, wollen wir? Ja, und der soll er uns machen und der soll uns da schreiben, ja. Gut, dann wird das portioniert, wird dann das BAS-System installiert. Das Ganze kann dauern, je nachdem, was ihr mal eingestellt habt, wie viel Cores, RAM und so weiter. Und warum ich diese Cores und RAM auch hochgestellt habe, werde ich auch noch vorweg sagen, ist, damit wir hier bei den Installationen schneller sind. Nachher kannst du diese Anzahl auf z.B. zwei Kerne und 1 GB RAM auch unterschrauben. Ich habe z.B. 2,3 GB RAM, d.h. 4 GB RAM ist eigentlich jetzt nichts im Vergleich so. Aus dem der nutzt die 4 GB RAM nie. Also, d.h. du kannst auch locker runtergehen, hast zu spielen, wie schlecht der Hardware sucht, sind vielleicht ein Kern, vielleicht sogar zu wenig oder sind vielleicht zwei besser so. Aber je nachdem, man muss dann einfach schauen, wie es dann funktioniert. Es ist einfach 3 und Error. Man kann hier nichts sagen, ich kann sagen, prinzipiell ein Kern und 500 MB RAM reicht hier vollkommen aus. So, wenn ich hier immer ein Kern, 1 GB RAM würde ich wählen. Das wäre sozusagen das Sweet Spot, den man mindestens, oder der gut funktioniert, sage ich mal so, aus eigener Erfahrung auch. Ich glaube, man weiß bei Pi und da hat null Auslastung bei den Kern fast, wenn ich auch stream, und wenn ich stream mit Display-Ding hat ein RAM-Verbau von 300 MB, d.h. hier hast du eher einen Buffer nach oben. Hierbei reden wir natürlich nicht von welchen Zusatzfeatures, sondern von einem ganz normalen Ding. Wir haben kein weiteres Installationsmedium, d.h. auf Nein und weiter. Österreich, für viele wird es Deutschland wahrscheinlich sein, ich möchte das ganz normal, eine Proxy habe ich auch nicht. Jetzt konfiguriert er mir kurz APP, oder auch ABT. Das ist eben, damit uns die Dateien und wir vielleicht auch installieren können. Gut, jetzt dann wird eingerichtet und dann können wir gleich nämlich die Software ausführen, welche wir installieren wollen müssen. Welche uns auch einfach leichter macht das Ganze. So, da warten wir mal ein Augenblick, bis wir das Ganze eben haben. Das kann, je nachdem, wie schon gesagt, wie viel Kurs, RAM und so weiter, länger oder kürzer dauern. Aber prinzipiell gleich auslasten, tut er eh nicht. Das heißt, wenn wir schon overrated prinzipiell, aber einfach gedulden, an der Paket, Aufwendungserfassung teilnehmen, nein, möchte ich nicht. Dann warten wir hier mal an eine SUSE-TASK-Selben, bei dem wir das Ganze auswählen können. So, wir wählen als erstes Deben und GNOME wählen wir ab, denn wir brauchen keine Desktop-Umgebung, verbraucht nur unnötig Leistung und brauchen wir nicht. Wenn ihr sagt, im Endeffekt nehmen wir auch was anderes oder so, lasst das gerne an, zu extrem viel Leistung braucht es nicht. Aber gerade GNOME glaube ich hat ja zwei Gigabyte RAM am Minimum, was du eben bei ohne sowas das Ganze auch nie brauchst. Und wir wollen hier ein SSH-Server. Wichtig, auf jeden Fall Web-Server dürft ihr auf keinen Fall anklicken. Alles andere könnt es mir auswählen, wie ihr lustig seid. Aber SSH und Standard den braucht ihr auf jeden Fall und dann einmal Ding könnt ihr, wenn ihr irgendwas haben wollt, eben das da. Und eins von dem, wenn ihr hier bitte jetzt das und das auswählt, wird es problematisch. Deswegen hier bitte eben einfach eins aussuchen, was ihr zu spiel haben wollt. Zum Beispiel, und dann könnt ihr auch installieren. Ich brauche es in meinem Fall nicht. Du brauchst auch so weniger Leistung. Weiter, und jetzt holt uns die Dateien und du diese empacken und installieren. Das Ganze, wie schon gesagt, kann dauernd nicht was für Internetverbindung, was für einen Speicher, was für eine Schnelligkeit ihr da habt und so weiter, kann das immer dauern. Ich möchte hier natürlich da auch so weiter solche Videos hier machen zu generellen OBS, für Streamer-Tipps und so weiter. Und damit ich euch dann auch bald schon hier wie über ein Smartphone zu euren RTMP-Servers streamen könnt. Und wie ich das Ganze mache mit Larix Broadcaster. Das Ganze möchte ich ein eigenes Video verpacken, weil es ist eigentlich auch schon sehr, sehr groß und den Rahmen dieses Videos im Moment springt. Auch wenn diese Videos schon sehr, sehr, sehr lange gehen wird, dann bis wir hier fertig sind, aber ich muss mein eigenes Video hier zu machen, damit wir hierbei das Ganze extra haben. Ganz einfach. Entstehen des Gruppelobers waren wir auf dem primären Laufwerk. Hier wollen wir unsere Dev-SDA. Da haben wir nur eine Festplatte, wählen wir aus und installieren es. Dementsprechend dann warten wir. Da tut es jetzt dementsprechend sogar schon abschließen. Wunderbar. Das heißt, hier warten wir. Wir haben hier OpenVM-Tools. Das ist zum Beispiel auch wichtig hier bei uns für VMware. Und da warten wir einfach, bis es installiert ist. Aber es kann ja dann einfach dauern. Prinzipiell geht es sehr, sehr schnell. Wir sehen es schon hier, fertig. Geh auf Weiter und startet wir schon das System neu. Und dann haben wir schon die Web installiert. Dann ist es schon fertig. Und genauso geht es auch, wenn es in der Cloud zum Beispiel selber installiert und so weiter. Einfach hier mal kurz entern. Dann starte ich hier Debian durch. Könnte es auch auf irgendwelche Hardware zum Beispiel installieren. Dann hätte ich jetzt so ein Laptop aus dem Jahr 2005. Mit irgendwelchen uralt Gedöns drinnen. Das könnt ihr wunderbar benutzen. Ihr braucht, könnt ihr dazu auch auf so eine Web-SDA hat benutzen. Ist alles kein Problem. So. Wir haben hier ein RTMP-YouTube-Login. Hierbei wichtig. Wir wollen uns hier das Root anmelden. Das haben wir als erstes das Passwort vergeben. In meinem Fall ist es das. Und was machst du als erstes? Damit wir hier wegkommen und es über PuTTY machen können. Was PuTTYs schauen wir uns gleich an. Müssten wir einfach mal sudo instellen. Das ist das erste, was ich jetzt mal mache. Up install sudo. Nehmen wir jetzt y. Damit das gleich installiert wird. Und das. Dann gehe ich hier einfach mal auf add user. SR, wie wir unseren Username genannt haben. Wenn ihr einen anderen habt, dann das Ganze so. Und dann hinkt ihr einfach sudo. Fertig. Jetzt haben wir hier die sudo Gruppe. Jetzt können wir hier prinzipiell das hier schließen. Und wir können PuTTY. Einfach hier PuTTY.org. Das ist nämlich ein SSH. Geht sie einfach auf Download PuTTY. Und dann wählt sie hier einfach den Installer aus mit 64 Bit x86. Einfach auswählen installieren. In meinem Fall baue ich das nicht, weil das habe ich ja schon installiert. Und wie komme ich jetzt drauf? Hm. Ich brauche irgendwie eine IP-Adresse. Wie finde ich die heraus? Ganz einfach. Du gehst hier nochmal hier hin. Wir gehen hier mal kurz. Na. Hier. Danke. Und hier war mal ganz einfach. Jetzt mal. Gebe ich hier einfach if. Config. Enter. Und hier. Haben wir. Hier oben. Die da. Der 192. 168. 094. Die brauchen wir. Und wir müssen lokal darauf zugreifen. Man sieht hier auch unten 1.6. Das ist die interne und drunter die öffentliche. Die habe ich jetzt auch hier verschließen. Weil. Prinzipiell. Die IP-6-Adresse. Genau. Die könnte immer wieder vorkommen. Wird es wahrscheinlich eh nicht. Aber. Damit keiner hier mich detossen oder sonst irgendwas kann. Weil das war ein bisschen problematisch. Deswegen. Du ist es natürlich verdecken. Aber der 192.168.94. Gebe ich einfach mal. 192.168.0. 9.4. Portschern an sich passt. Einfach mal Enter. Dann sagen wir waren. in GS-Accept. Login. Wir wollen hier unser SR und unseren Username anmelden. Unser Passwort geben wir hier ein. Wir sind drauf. Wir wollen hier aber auch als Route arbeiten. Weil Route hat mehr Rechte. Können wir besser arbeiten. Aber geben wir einfach sudo. su ein. Geben jetzt hier unser Passwort nochmal für SR ein. Enter. Und wir sind hier schon als Route angemeldet. Wunderbar. Wir haben hier Route. Das heißt dieses Winstay kann man komplett schließen. Brauchen wir nicht mehr. Wir haben hier jetzt komplett hier eben das dann. So. Wenn man eine Frage kann ich hier irgendwie zoomen. Zufällig. Schaut schlecht aus. Das Ganze irgendwie. Ich kann es so maximieren. Minimieren. Okay. Aber ich kann hier nicht da die Größe hier ändern. Nope. Wollte ich jetzt nicht. So. Gut. Auf jeden Fall. Dann müsst ihr das Ganze leider Gottes hier am PC schauen. Ich bin ja. Ich suche, ob ich das vergrößern kann für euch. Schaut aber nicht dazu aus. Gut. Dann was brauchen wir. Ich habe hier das Ganze eben so. Das Ganze habe ich euch auch unten in die Bioschreibung verlinkt. Hier einfach das rein. Enter. Hier wir haben alles am aktuellsten Stand. Kann auch variieren. Dann wir brauchen hier unsere diese Sachen. Weil diese nutzen wir hier dementsprechend um eben das ganze System zu installieren zu nutzen und so weiter. Also es ist auf jeden Fall wichtig und richtig. So. Da können wir uns auch schon in unserem nächsten Befehl kopieren. Den brauchen wir auch gleich. Und danach würde ich empfehlen immer mal ein Reboot zu machen. Wenn wir alles entschieden haben von Barask ist so mit Terminal und so einfach mal ein Reboot dann funktioniert sicherlich alles besser. Wir haben CUL nicht. Das Ganze hätten wir hier oben auch noch installieren sollen. Das heißt wir gehen einfach mal ab install CUL-Y lang somit gleich ja und dann tun wir hier gleich mal RASK installieren. RASK brauchen wir für NoAlps. NoAlps ist das automatische Zähne gewechselt. Wenn eben deine Verbindung zum RTMP-Server langsamer, schneller, wie auch immer ist, werden wir das Ganze dementsprechend hier auch installieren. Da warten wir hier dementsprechend bis das Ganze hier installiert ist. Dauert ja im Internet Verbindung und Performance und weiter länger, kürzer, wie auch immer. Prinzipiell soll es nicht so lange dauern, sollte eigentlich fast gleich dann schon fertig sein. Wir sehen, fertig. Jetzt gehen wir einfach hin und machen einfach mal ein Reboot. Mache ein Reboot damit das ganze System hier ein Ding. Wir können hier auch danach schauen. Wir sehen, hier startet uns. wenn das Ganze dann warten wir ein bisschen. Dabei wir warten. Wir brauchen als nächstes Engine X. Engine X ist nämlich dazu da, um eben das ganze RTMP-Server zu nutzen zu können überhaupt. Und hierbei haben wir die Auswahl zwischen Mainline und Stable. Was ist ein Unterschied? Mainline hat neue Features, hat neue Sachen, brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht, wir nutzen nämlich uns der Engine X RTMP-Modul. Was sechs, sieben, zwei Jahre das letzte Mal aktualisiert worden ist. Etwas länger her, aber es funktioniert noch einwandfrei. Und das ist das auch, was man prinzipiell heutzutage viel noch nutzen und auch man viel noch empfehlen es auch noch zu nutzen, was prinzipiell das einfachste und kostenlose Möglichkeit ist. Hierbei nutzen wir Stable, weil Stable ist die Version, die die Basic-Version prinzipiell ist, die eben einfach nur irgendwelche Sicherheits-Updates bei neuen Versionen einfach mit sich liefert. So, wir können mal hier schauen, wir klicken hier oben Ding und sagen Restart Season, melden uns wieder aus SR ein und mit uns sein Passwort. Dann gehen wir auf Sudosu, gehen mit unserem Passwort nochmal ein und dann haben wir uns hier das Ganze angemeldet. Wir gehen hier hin und wir brauchen hier WGET. Wollen nämlich Engine X nämlich den 124 installieren. Als nächstes wollen wir unser Modul installieren und unser RTMP kopieren und fügen wir ein fertig. Dann wollen wir es natürlich hier auch extrahieren, damit wir das Ganze auch benutzen können und wollen hier auch anzip unser RTMP-Modul gerne. Jetzt kommt das Ganze mit ls anschauen wir sehen hier unser devzip und unser engine x hgz wir haben es einmal extrahieren und einmal hier das Modul das heißt was wir gehen hier in unseren engine x rein machen hier einfach configure mit unseren RTMP-Modulen das warten wir hier das macht uns das ganze EZ moderated zip library can either disable the module without the thing ok wir brauchen noch up install install zip und gzip zip und gzip brauchen wir noch machen wir das ganze nochmal das haue ich mir gleich hier mal rein so der hdp gzip modul karte zlib library zlib brauchen wir machen wir noch up install zlib minus y so also zlib bin ich auch blöd kann nie finden wir müssen nämlich up install und zwar das ganze wollen ich auch noch installieren wobei ich das letzte haben wir dingen genau das dev hat jetzt mal installiert so das ganze findet ihr im ganz normalen command drin habe ich agenz jetzt soll funktionieren wenn man logisch denkt genau jetzt haben es geschafft jetzt ist installiert wunderbar das heißt wir gehen jetzt weiter und zwar wir machen jetzt hier einfach mal wir geben einfach make und das dauert jetzt das ganze dauert 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 jetzt das kann eine gewisse zeit dauern manchmal länger manchmal kürzer je nachdem halt es läuft jetzt durch und tut alles alles machen 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 und machen machen ich würde sagen wir sehen uns dementsprechend gleich wenn es fertig ist so jetzt ist es hier fertig und wir gehen hier make install fertig fertig das geht schnell das haben wir engine x komplett installiert mit einem rtmp modul alles fertig so jetzt gehen wir einmal cd um wieder hier zurück zu kommen wir gehen hier cd home slash unser benutzernamen in dem fall ls wir haben hier nichts drinnen ich füge hier nur kurz das ein so hier haben wir hier unser no alps machen wir unseren git clone wir gehen hier mal kurz hier rein und jetzt haben wir rust installiert nämlich für unseren cargo run release den füllen wir einfach mal aus und das dauert jetzt dauert 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 jetzt der laden es runter und du das installieren das installieren das dauert das das dauert also es dauert sozusagen 10-20 minuten dann nachdem es installiert ist nachdem wir hier über 144.000 pakete haben oder Dateien die heruntergeladen werden und dann ungefähr 302 zum installieren also es dauert das wir ein bisschen einfach Zeit mit sich bringen und einfach dementsprechend warten was anderes kannst du dann eh nicht tun kannst nebenbei einen Kaffee kochen kannst nebenbei was weiß ich machen weil das ganze dauert einfach wir sehen hier der tut hier nämlich das ganze Crain und wir haben 303 am Anfang geht schnell am Ende dauert es aber länger ich mache sonst mal einen Cut einen wir sehen es dementsprechend gleich dann wenn es fertig ist so wir haben hier einen Fehler und zwar im code find open us installation and this gut er hat keine open ssl ich dachte das ist die standard schon noch gut open ssl ja install nice das da vorne weg da hinten wieder l ok open ssl haben wir was passen dir dann nicht wir haben hier das problem halt not run big system bk g config com command no apt install bk config das ist nicht installiert das ist nicht installiert ich drehe hier mal rad ok das füge ich hier gleich mal kurz zu also ihr habt das dann jetzt schon hier installiert ok das war mit ehrlich gesagt neu damit habe ich selber ehrlich gesagt nicht gerechnet weil das ist extrem neu gewesen also gut du bist das 300 hier auch im video format damit ihr das ganze auch einfach seht falls ihr selbst fehler habt weil ich installiere es jetzt einfach so und wie copy pasten und so dann habt jetzt auch das ganze was ist wenn ich den fehler habe was mache ich und so hab hab das ganze hier auch gleich drin deswegen mache ich auf jeden Fall ich mache ein Cut bis C fertig weil wir brauchen nichts weil der startet jetzt auch so gleich das wollen wir jetzt aber noch nicht wir müssen uns noch was anpassen so ich schau mal kurz meine schummelliste hier wir sehen jetzt schon hier wir haben das gerade gemacht wir gehen hier in CD engine x conf ein wir brauchen unsere engine x conf weg und die tun wir jetzt einfach hier mal verschieben dann gehen wir rauszukommen und es war zu weit wir müssen engine x in html ein und hier wollen wir unser stat xsl zu user local engine x html verschieben so und jetzt können wir hier unsere engine x anpassen gut nachdem wir ja wahrscheinlich größtend das ja auch wollen dass wir hier außerhalb dementsprechend dann über ipv6 zugreifen können müssten wir diese eckige klammer mit zwei punkten und die machen und dann schreiben wir hier dahinter ipv6 only ist gleich no glaube ich oder auf on and off nicht no on off und das machen wir dann auch da unten bevor wir machen gehen wir hier und hier wollen wir unseren root hier haben wir das ganze in unserer user usr das haben wir das kopieren wir hier und fügen hier einfach ein wieder das ist unser standard wo unser step drin ist die er dann auslesen soll wir gehen hier noch mal dahin machen hier einmal so machen hier zwei punkte machen hier ein steuerung o und steuerung x fertig wir haben jetzt mal engine x und rtmp konfiguriert das heißt stand jetzt kannst du engine x den rtmp server nutzen wenn wir den starten wir haben noch nicht gestartet aber an sicher könntest du den schon nutzen wir wollen aber trotzdem nur alps weil du mit no alps ne vorteil heißt du kannst du obs die zähne automatisch wechseln lassen wenn es zum spiel niedrig low bitrate ist be right back und so weiter und das wollen wir dann dementsprechend hier gleich machen da gehen wir jetzt einmal wieder hier komplett raus zu unserem engine x obs low bitrate switching jetzt müssen wir ein bisschen was anpassen wir haben hier oben einmal den namen im einfach gehe ich einfach mal qualix tv ein einfach euren twitch nam ist am einfachsten das sind jetzt eure zähnen wie die heißen bei mir heißen die zähl ist eine eigene sähne dann low wenn die bitrate low ist das heißt hier in dem fall die 800 bitrate sind wechselt er eine sähne im einen fall ist es dann so wo einfach unten wo zusätzlich low steht low bitrate damit man weiß es liegt nicht an mir am zu sondern der bitrate von dem dort von mir in dem fall ist es dann einfach low deswegen mache ich eine offline szene heißt meine wo ich dann zb clips habe dann wir haben hier ein node medien server haben wir nicht den können wir überspringen ein nms mms habe ich auch nicht st live server auch nicht sls auch nicht wäre performant da würde geil funktionieren ich habe bis jetzt noch nicht geschafft es zum laufen zu kriegen deswegen machen wir es noch mit rtmp so hier haben wir nginx hier die stats es kann sein dass manchmal lokal host hier nicht funktioniert hatte ich den fall hierbei musste ich dann eben meine domänen du kannst zb mit dns dienst machen oder mit einer eigenen domänen mit einer eigenen domänen die zb rtmp .xyz .com heißt zum beispiel wo du hier einfach eingibst das ganze ist funkt oft genug deswegen würde ich das ganze dann halt so einfach machen wir hier ist dann der key der sollte auf jeden fall sicher sein also nur live um gottes will bitte nicht also hier kannst zb eben live und dann einfach irgendein passwort irgendein kennwort irgendwie sowas was aber auch nichts anderes nutzt in meinem fall mache ich live xyz 1234 basta so jetzt können wir hier die overrides ziehen das sind dann die die overrides wenn es in anderen zum beispiel hierbei habe ich zb einfach die gleichen 10 nochmal weil dann funktioniert es auf jeden fall offline hier machen wir in dem fall wieder einer wir gehen hier runter und hier kommen wir zu uns ein obs und hier ist wichtig der host was ist der host für ip adresse 192 168 0.111 zum beispiel wenn das von euren obs ist zum beispiel von hier ich werde das ganze hier nicht jetzt eingeben weil ich möchte hierbei weder etwas kaputt machen noch meine ip auch wenn es nur mein interner ist liegen prinzipiell aber wenn das ganze die ist da einfach eingeben passwort eurer password und prinzipiell port ist 455 ist dann sozusagen das was ihr habt da kommt es mit obs password eurer password was dazu mache ich auch noch ein eigenes video machen das werde euch dann unten im video beschreibung auch verlinken aber auf jeden fall hier das ist wichtig sachen stand jetzt funktioniert es aber noch nicht dass es im chat funktioniert wir wollen hier user nehmen das ist unser twitch name mein fall qualix tv die admins die obere rechte haben das ist zum beispiel bei mir mein eigener bot falls ich darüber zugreifen muss prefix wichtig hierbei würde ich ganz keinen anderen wählen zum beispiel ich nehme hier immer das semicolon dass ich das hier einfach eben einen anderen habe und nicht zum beispiel mit einem anderen command überschrieben wird hier mache ich wir haben optimale 10 sie dann eben mit dem hier zum beispiel dem hier und dann zum beispiel starting wenn ihr das hier eingibt im chat kommt zum beispiel auf die 10 das wollen wir natürlich auch da ist wir gehen einfach mal auf starting hier runter dann haben wir hier ending privacy heißt bei mir ist auch so mit großem b und refresh habe ich auch eine eigene Szene hierbei ist wie die bei Szene kein RTMP server einzubinden sondern damit den RTMP server neu laden kann bzw OBS die verbindung zum RTMP server neu verbinden kann so language wir haben hier natürlich de strg o und strg x fertig jetzt haben wir das ganz mal so halbwegs eingestellt so jetzt ich möchte aber doch ein bot haben das machen wir ganz einfach an nano .env und hier haben wir Namen und Bot Auffrag Ding und den Offcode den könnt ihr ganz einfach ist hier dementsprechend auch verlinkt hier switchapps TMI da nehmt ihr und dann kriegt ihr einen Aufkauf den kopiert sie einfach und den fügt sie dann einfach hier download den Bot Account hier das ganze einfach ein aufpassen auf Doppelpunkt kopierst auch das heißt hier einfach alles komplett weg und euren einfügen ich möchte den jetzt hier nicht leaken und noch nichts verpixeln ist mir mehr arbeit aber ich glaube ich denke ich ihr versteht das wenn mache ich auch ein eigenes video dementsprechend dazu zumindest jetzt haben wir dort starten starten können ja ich schon was raus gesucht wie ich das ganze nenne und hier einfach starten namen gibt hier einfach euren namen hier ein und wollen das ganze ausführen können machen wir einfach schien modell plus x damit wir es ausführen können so bevor wir jetzt hier irgendwas machen machen wir einfach mal kurz ein reboot damit das ganze einmal runter kommen kann wir haben dann ne nix haben sogar noch gar nicht gestartet aber ich mache immer ein reboot am ende damit wirklich alles nice funktioniert und wir keine kleinigkeiten an problem haben deswegen ich mache es einfach müssen tust du es nicht können wir schauen ne ist noch nicht gestartet doch ist schon aber der braucht hier noch bisschen jetzt haben wir jetzt da ich sie verkackt weil ich enter gedrückt habe 122.168.0.94 war man sr und hier gehen wir dann dementsprechend rein okay okay damit ich nur verdiebt gehen wir wieder in sudo zoom gehen hier unser password wieder ein habe mich gerade schon wieder verdiebt ja gehen hier unser passwort ein enter cd machen wir kurz ein clear und machen punkt slash start all sh enter jetzt haben wir es zu überprüfen ja twitch autification genauso wie auch obs kann er nicht aber das ganze weiß ich ja ich gehe jetzt hier einfach in einen tab gebe hier einfach mal kurz die ipv 168094 ein und wir sehen hier welcome to engine x das heißt es funktioniert du kannst zb dann ganz einfach ein eigener domain name subdomain nehmen oder eben irgendwelche anderen sachen wo du dann das ganze eben mit ipv6 bordfreigabe nutzen kannst aber so und wie kriegt das jetzt in obs studio ein das und wie du das ganze vom smartphone wie du es da einstellen kannst zum rtmp server via larks broadcaster und auch wie du dann den obs richtig einstellen kannst das ganze werde ich in einem eigenen video zeigen weil das video geht hier eh schon viel zu lange das möchte ich in einem eigenen video weil vielleicht interessiert es einen nur hier das und der rest hat er schon oder umgekehrt und ich möchte mich mit dem ganzen video dann langweilen dementsprechend also dementsprechend gerne abo like das und glock aktivieren wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und wenn ihr mehr davon sehen wollt gerne fragen und anregungen und irgendwelche anderen sachen gerne ab damit unten in den kommentaren ich würde mich sehr darüber freuen wir sehen uns dementsprechend im nächsten video bis heute bleibt gesund ich bin dementsprechend raus und sag ciao